Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 6. Immer noch im Korb mit Zocker, Andi! Und Miss Fortuna IP! Und Chris hat gerade so geil geguckt, das hättest du sehen müssen. Ey, das ist ein gutes Thumbnail, so wie wir gerade standen. Geil. Nein, wir haben ja uns hier durchgekämpft, schon ein wenig. Ich hab gerade noch ein bisschen in den Optionen rumgewurschtelt, hab jetzt endlich meine Linksauslage, die ich haben wollte. Ja, genauso wie ich. Ja, und jetzt hoffen wir, dass es ein bisschen flüssiger geht. Aber wie gesagt, ich bin halt totale Anfängerin in dem Spiel. Doch, das kommt mit der Zeit. Und wie gesagt, das ist ja nicht so schlimm. So, na dann gehen wir mal. Ja, los, Chrissi. Chrissi. Wie gesagt, Chris ist ja immer noch Alkoholiker. Ich drücke immer die Falten. Ich will immer ein Messer zücken, was? Voll komisch. Ach, guck mal hier. Das sah aus, als ob ich dir gerade vorhin ins Gesicht getreten hab. Was? Was hat denn Chris für ne komische Stimme? Hä, ducken und zielen? Ich kann wohl nicht zielen. Aber warte mal, ich hab doch dieses komische Scharfschützengewehr. Du machst das ganz toll. Ich seh gar nicht durch, wo du bist und wer hier ein Gegner ist. Du kannst mich ja eh nicht treffen, also von daher... Zum Glück. Warte mal, ich werd mal ein bisschen Nahkampf-Action machen. Alter! Alter, der hat so'n Hakenarm, Andi! Wer hat'n Hakenarm? Der Typ da! Der will uns hauen. Jussi, haben die alle ne Knarre? Weil das... Weil das hier der Shooter-Part des Spiels ist. Wieso haben die alle ne Knarre? Den verprügel ich, Alter! Da kommt wieder einer mit einem Arm. Der steht ja wieder! Ich hab' keine Muni mehr! Wie, du hast keine Muni mehr! Äh, ich hab' keine Muni mehr. Warum nehm' ich eigentlich so ne Pistole? Ich verprügel grad' den Typen mit dem Arm. Ich hab' die alle vermöbelt jetzt. Oh, hier ist ja noch ne Handgranate und noch irgendwas anderes. Ah, hier liegt noch Munition. Und ich hab' keine mehr. Ah, als hab' ich keine mehr. Ich wechsel mal die Waffe. Ich muss nachladen. Ihr seht, wir sind super cool. Wir sind super... Aber ich glaub' ich hatte doch noch drei Schoße. Was hier hinten, den noch? Ein Schätzchen, ne Kiste. Mit Munition. Ach, aber ich will automatisch immer, ich vergesse immer, dass die leert hast. Hier ist noch mal Muni, Andi. Cool. So, was ist hier noch, Schatz? Oh, hier konnte ich grad' noch was aufsammeln. Hier ist noch mal Munition. Ich hab' schon alles eingesammelt, was da lag. Du kannst diese Kiste übrigens alle kaputt machen. Hier ist noch mal Pistolen Munition, falls du die brauchst. Das ist überhaupt ne Pistole, ich weiß es nicht. Ja, aber die ist auch für mein Gewehr, was ich hier hab'. Obwohl's auch total sinnlos ist. Also unlogisch. Wieso hab' ich für mein Gewehr hier die gleichen Patronen wie du für deine Handfeuerwaffe? Ich hab' grad' festgesteckt in meinem Einkaufswagen. Geil. Das ist der Einkaufswander, verdammt das. Er kommt direkt aus seinen Till. Wo bist du? Hinter dir! Hinter mir! Und wir machen das jetzt mal superprofessionell. Ich wollt' grad schon über dich sprinten. Okay. Ich folge dir, Captain. Oh! Hey! Was? Ah! Pff! Oh! 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 Bist du grade voll mit dem Ruhm gegen die Wartelklappe? Halt die Klappe! Verstand nicht, Kier! Ja! Das ist meiner! Verprügel dich! Was? Er verprügelt wem? Ich verprügel hier den einen. Mit den acht Augen, Schätzchen. Das ist voll dunkel. Ja, das ist so dunkel hier. Ich zickere nix, ey. Was? Mensch, hab' gefälligst nicht den ganzen Spaß ohne mich. Wieso, du kämpfst doch... Was machst du da? Ich probiere noch was zu machen. Aua! Mann verloren! Was, wir haben Mann verloren? Wieso? Bravo on HQ! Wir neutralisieren mit Charlie-Team Feinde bei Herz 4. Es gibt schwere Verluste! Hilfe! Einer mit zwei fett in Armen! Mach wie ich den vom Möbel einfach nur! Er leidet! Kraut! Krauts! Kraut? Wo? Da hab' ich aufgesammelt. Oh, hier ist noch so einer! Bruder! Hilfe! Ähm... Du hast ihm grad die Tür in die Fresse gehauen! Fähigkeitspunkte... Gibt's hier eigentlich auch ne schnelle Drehung? Ja! Hast du grad irgendwie Probleme? Wieso? Weil bei mir so ein komisches Symbol aufgeblinkt ist! Es ist immer wenn man angegriffen wird oder halt sich grad nicht wehren kann! Wo hast du denn hier das Kraut aufgesammelt? Äh... Vorne gleich am Eingang, aber ich glaub wenn... Die sind einzeln! Ernsthaft? Munition gibt's hier für alle, aber keine Heilung! Das ist ja scheiße! Also wenn einer stirbt, dann halt so, ne? Wie dann, was? Warte, ich weiß auch nicht! Ja, das ist ja komisch! Leicht irritiert in diesem zweiten Part, geht's weiter! Aha! Henna, wo bist du? Wieso sind hier alle Türen offen? Ist ja wie bei der Assis hier! Und nur, dass dir einer zuknallen kommt ständig! Scheiße! Was hast du ge... O werd ich sagen Then? dı ist mein Untersetzer runtergefallen von meinem Glas. Ohhhhh! Hm! Sie stöhnen sie wieder ru... Warte, nicht schießen! Nicht schießen! Hä? Ich mach doch gar nichts. Nicht schießen. Shhhh... Was hast denn jetzt gemacht? Ich hab den da runtergeschubst. Wieso schießt wer auf mich? Ach등, achso der hat auf mich geschossen! Oh, ich bin voll Blutig! T's! Geil! Alter! Anti-, du bist so ein Killer! dort werden die un-mitarbeiter als geiseln festgehalten das steht immer nicht pikas das ist ja da ist ja einer gucke mal man dazu nehme ich doch die also was das für eine waffe was ist das für eine komische waffe die ich hier habe ich habe von den fetten mit dem arm weggeschossen ich glaube dies kein normales scharfschützengewehr die ich habe an die warte nämlich mit lag hier noch irgendwas und habe ich nicht drauf geachtet ich bin einfach mal hochgeklettert weil ich es kann und drücke wieder dreimal die falschen testen wir sind der typ acht oder gehört zu uns wie weit unten wie weit runter geht es hier eigentlich auch ist ja nicht so viel wir müssen jetzt hier hochkommen hier rüber wo ja ich habe schon geguckt wo wir hin an ich bin schon hier drüben ist überhaupt nirgendwo es brennt es fackelt ich bin so ein held du kommst du einfach und überholst mich was das für eine frechheit wie schlittert man so bei sprinten und dann zielen ach so okay was das muss ich mal testen sprinten und dann ziehen alles klar oder es ist aber echt ganz schön so ein jump and run ist das ja hier furchtbar bis ob das nicht 2d ist was machst du hier schon wieder so tot was ist denn bist du tot das macht das ist du tot nach hin wenn das spiel für dich auch vorbei okay achtung von der seite wie viele sind das ich muss erstmal nachladen sehen ruhig während die gegner schmeißt doch mal eine handgranate an die was machst du denn ja geil nicht mehr lange ich habe ich habe ich habe deine befehle befolgt schmeißen an granate okay bist du der captain sag mal wie kümmerst du dich um deine einheit gar nicht siehst du doch was ist bei dir los ich muss nachladen lassen doch mal einen moment zum körper da fliegt einer das aber hübsch ich liegt schon wieder blöde rum sowieso stopp das vieh nicht du musst den körper glaube ich immer treffen ach so von dem von dem monster also von dem typen der unten dran hängt oder das körper körper von also ist den körper von dem vieh wo sind ja ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht wo der ist über mir captain hat ihn weg gehauen ich brauche so geht es auch ich glaube wir müssen hier rüber ach ich kann mir noch mehr so eine pillen einschmeißen cool soll ich mich mal wieder komplett heilen ich möchte da nicht rüber ja warte mal ich muss noch ein paar bunte pillen nehmen geht gleich los so jetzt habe ich jetzt habe ich nichts mehr kommst du was macht denn der da der versperrt mir den weg ich komme da gar nicht ran oder a jetzt so ich dachte schon wir sind jetzt so zusammen aneinander geklappt zieh mich hoch krissi ja ich habe dich fallen gelassen guck mal du hast mich festgehalten aber ich lasse dich fallen was muss ich machen ja moment sowas muss ich denn jetzt machen ich bin gleich tot muss ich denn jetzt hin einfach mal auf die typen schießen bevor sie mich erschaffen ach so da ist ja wer ja ja du bist jetzt tot doch nicht keine muni mehr von wo sind die denn noch ach da sind noch welche ich habe noch zwei leben ja ja kling mal hin kling mal hin optimismus baby sein hier so eine pfeife tut mir leid dann sie beide gehen zum pro bin ich auch und jetzt ein rotes kraut hier toll dass ich früher sagen könnten bevor ich meine tablette gefressen habe aber nur rotes bringt ja nichts muss ja kombinieren oder ist das hier auch so ja da steht sich wer nach oben ich muss jetzt weiter machen okay ich bin ich beobachte dich beim rennen und gibt dir deckung aber erst mal klaue ich mir noch besser ich gebe dir deckung und schießt schön daneben vor allen dabei verschwindet ich bin auf der anderen seite auf dem gebäude bin ich aber ich bewege mich auch nicht probiere vielmehr alle hier jetzt ich bin ich da ach so ich muss ja auch rennen verdammte scheiße ja ich komme ja nicht gar nicht kommen doch sie kommen her wann gibst du die befehle weiß ich nicht gibt sie noch was zu einzusammeln habe ich gerade guckt ist aber nicht wollte ich jetzt voll anschreien habe ich geklappt mann du willst mich immer nur an blicken seine freche die haben die alkohol was die in der bad gesagt du kriegst nichts mehr du alter versorfen nach schiffen wann reichrad was machst du schon wieder frage ich nicht von wo wir haben die ganze probleme ich glaube wir schaffen sich rechtzeitig zu voll in meiner fresse und die steuerung ist per tastatur maus echt ekelhaft das muss ich nur dazu sein gespielt der tastatur maus an die spielten im gamepad der glückspilz trotzdem xbox 360 controller ist trotzdem scheiße ich mache das gar nicht mit denen ich gehe ich lass mich allein aber ich finde es komisch dass hier keine taste gibt wo ich orten kann wo du bist doch das geht mit der tasten was du auch befehle gibst ach so hast du mich gerade angeschossen wie können soll ich anschließend so stimmt ja ja ich muss noch kurz einsammeln so 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 ja ja ich komm ja hier sind fast zum kaputt hauen bei dann keine an wo sie lang gehen auch ich bin hier mehr verwirrt als dass ich irgendwas verstehe also ja jetzt kommt gleich von ein seiten gegner nur zur wahl und wie nimmt man granaten herunter also statt zur seite runter ich brauche eine pause macht dass sie sind ganz ich habe gerade ganz viele blendgranaten genommen die sind nicht übernehmen was ich übernehme hä so sage ich denn so ein blödsinn hier das macht doch gar keine probleme gar nicht so was ist jetzt wo bist du da hinter dir so oh gott guck mal die wahl sind aber höflich die warten alle bis wir fertig sind ich bin tot an die du bist so gut ich sag grad das wäre ich und die sind ja auch ähnlich du hast mich töten was habe ich gar nicht nochmal was ich bin voll schlecht in dem spiel das stimmt war nur noch voll trocken so das stimmt hallo ich kapiere aber nicht wie ich die granaten nehme kannst du nicht nach unten also mit was machst du denn wie willst du denn die waffen aus na ich drücke moment ich scrolle mit dem mausrad und dann habe ich aber nur die auswahl ich sehe die anderen sachen aber ich weiß nicht wie ich da runterkomme was ist mit wenn du auf inventar gehst und dann irgendwie runter drückt oder sie da sehe ich das gar nicht ich habe keine arsch die das auch nicht deswegen drücke ich ja hier schon so viel blödsinn steht da vielleicht irgendwas was ich noch okay dann muss es halt macht das ohne gehen ich mache das jetzt alleine ja ich komme ja andy nimm mich mit nimm mich mit wir müssen doch dann heiraten der jake und der ne wie heißt der typ ach man ich verprügel den einfach so ich bin von hinten hier voll angegriffen worden alter langsam die profis jetzt habe ich eine taste gefunden und habe jetzt eine granate in der hand hat und ich habe einen grünes kraut aufgesammelt wieso können die schießen das ist ja so wieder mit treten was ist das für ein schwein zeigt erst mal deine hässliche porzellanmaske runtergeschossen und ich stehe oben und warte auf ja danke sehr freundlich dass du zumindest wartest ist so nett ich komme ja schon so wohin ach da bist du ich glaube ich muss mal die kräuter kombinieren du dieses so jetzt habe ich einmal heilung hier was habe ich denn eigentlich habe ich heilung benutzt man das dann auch wieder für beide weil es dann diesmal tabletten sind das ist immer richtig kacke so ich gehe wieder da hier sind ganz viele von denen kann man hier auch mit den blendgranaten die dingsbums töten die mit dem arm das probieren wir doch gleich mal ich habe jetzt einfach meine hand also wenn gleich die gegner kommen dann schießt du mal so dass die ihre arme verlieren was mache ich denn hier steuerung kapieren ist nicht leicht die fässer okay ich mache selbst um also von wo kann das denn hier ist ja schon so einer nein hilf hier kommen sie okay ich werfe die blend ich habe schon funktioniert nicht scheiße dann nimmt halt das hier so und warte ich habe noch eine fettere wumme ich glaube ich sterbe gerade von die aua meins herz rein lebt er erstmal nach ist der bescheuert nein 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 wir versuchen es noch mal leute warum denn das wir sind genau über uns so an die erstmal die fässer wegballern wenn genug leute daneben steht war der komponierter wieder oder neben äh bist du verrückt ja musste ich machen da standen so viele gegner gerade tut mir leid verrecke du dreckstück ich sehe die hier gar nicht von wo sie kommen die denn alle also hinter mir und von wir tun was wir können bis sie kommen wenn das wollte ich du bist genau reingerangt oder nicht gott sei dank ist sicher nicht durch von wo kommen die nächste ist okay pass auf okay ich gucke dass hier keiner hochkommt und ich nehme die andere Seite holst du die granaten geil alter okay jetzt habe ich keine money mehr jetzt muss ich die andere waffe nehmen die andere hat mehr wumms andy warte ich helfe dir ja ich habe dir geholfen er ist tot Mensch die waffe hat wirklich gut wumms oh wie lange noch scheiße pass auf von der Seite oder so ach du hast gesehen okay hey Vorsicht hinter dir wo zum teufel bleibt die Verstärkung Hüppalamba alter oder ist money da hinten money 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 was tue ich da money nochmal money 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 schätze schätze geld oh was ist das oh Gott ist das ein sinnloses rumgerennt rennen rennen ich glaube jetzt kriegen wir die Gesellschaft juhu achso es ist ja unsere auf die wollte ich gerade schießen alter voll der Headshot was geht hier ab was geht bloß da rein der springt wie ein Ziegenbock hier meiner warte lass mich kriegen die das nicht auf die Reihe das dann scheint ja nicht ach der ist schon tot ja ich habe doch so eine fette Waffe die ich weiß nicht was das sein soll wie ein Schaft ey dann macht das doch alleine ich glaube ja wir müssen wir müssen hier rinnen nee nee noch nicht ist doch nicht so weit was müssen wir denn hier machen na alle Tö also eliminieren sie alle Feinde steht bei mir in der Aufgabe bei zerschwind scheiße das weißt ihr gar nicht ja echt jetzt mal wollt ihr das denn wissen ey du klugscheiße oh hier ist nochmal Muni jo obwohl ne wollen wir hier den Part ich komme oh der Typ steht mir immer nur im Weg so ja betten wir den Part ja nachdem ich ja juhu das ist erst der Anfang unserer Fails genau und hinterher gibt es dann ein Best of Fail geil wir bräuchten so einen Deathcounter ja oh Gott vielleicht mache ich das ja vielleicht arbeite ich das ja rein was dann arbeitest du immer so bing 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 ok Leute wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zusehen genau fürs Durchhalten bis zum nächsten Mal tschüss tschüss